Kakarot, mein Sohn. Führe aus, was ich nicht vollbringen konnte. Räche unseren Heimatplaneten Vegeta. Räche dich, Kakarot. Prinz Vegeta, Prinz Vegeta, hier ist Nappa. Ja, was ist los? Ich habe soeben eine Nachricht von Freezer erhalten. Er sagt, dass der Planet Vegeta nicht mehr existiert. Ach ja? Und was noch? Ein riesiger Meteorit soll ihn zerstört haben. Außer uns haben wohl nur wenige Zayajins die Katastrophe überlebt. Verstehe. Und weiter? Äh, na ja, das, das ist alles. Auch auf dem Planeten hier gibt es kaum Überlebende. Ich glaube, ich muss Freezer bitten, mir einen neuen Planeten zu geben. Oh, na sowas, wen haben wir denn da? Ein Baby. Wie kommt denn das hier her? Ein Baby mit Schwanz. Wo gibt's denn das? Was mache ich denn mit dir? Ich kann dich doch nicht einfach hier lassen. Willst du mitkommen? Oh, Volltreffer. Du bist mir ja vielleicht einer. Bist ein starkes kleines Kerlchen, was? Ich finde, du bist von heute an mein Enkelsohn. Ich heiße übrigens Son-Gohan. Und du heißt? Warte Sekunde. Hm. Äh, ich hab's. Son-Goku. Ich nenne dich Son-Goku. Na, ist ein schöner Name, findest du nicht? Und weißt du was? Du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer, starker Mann werden. Und du sollst einmal ein großer Mann werden.